Was ist das, was ich in der Gesellschaft einbringst? Ökologisch nachhaltig wirtschaftet und schwächere Gruppen in der Gesellschaft unterstützt. CSR ist aber auch ein Teil der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Durch CSR lässt sich ein positives Image gewinnen. Sie bekommen eine positivere Wahrnehmung bei ihren Kunden und in der Bevölkerung. CSR darf aber nicht Selbstzweck sein. Sobald CSR nur dazu dient, sich ein positives Image zu schaffen, spricht man vom sogenannten Greenwashing. Greenwashing wird von Unternehmen eingesetzt, die besonders unökologisch arbeiten. Zu denken ist dabei an große Ölkonzerne. Dieses sogenannte Greenwashing ist abzulehnen im Sinne der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit. Sollten Sie aber Interesse haben, CSR als Teil Ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen, sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne dabei, den richtigen Kooperationspartner zu gewinnen und begleiten das Ganze multimedial. Sie erhalten weitere Informationen zu Themen rund um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter www.scheidweiler-pr.de. Wir machen Sie fit für die Öffentlichkeit.